moin moin leute stefan hier von world of paintball beziehungsweise weekend warrior shop heute mal wieder mit dem unboxing gitech 170r planet eclipse da haben wir schon ein video zu allerdings ein relativ altes video ich will sie einfach noch mal an boxen zeigen was dabei ist ein paar basics erzählen ich hoffe ihr habt da bock drauf bis gleich so leute stefan hier wieder vom weekend warrior shop dieses mal das gute alte unboxing der gitech 170r aber hier oben sieht man den stolzen preis 899 euro stand jetzt wir haben oktober 2021 muss man ja mal dazu sagen kommt erstmal in so einem wertigen karton machen wir hier an der seite mal auf das gute stück und dann geht es auch schon gleich weiter karton beiseite ein schöner koffer pe planet eclipse läuft ich mache das gute ding mal auf und hier gibt es auch keinen schusstest wie gesagt wir an boxen einmal fangen wir doch gleich mal an mit dem unteren teil eine ausführliche anleitung und da kann man sagen was man will das haben die jungs von planet eclipse wirklich drauf das ding ist halt schön gute bilder gut erklärt alles was das herz begehrt kann man sich anschauen alles da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt der englisch pro sein um das zu verstehen da sind gute bilder bei dann haben wir hier einmal die gtk 170r in schwarz ganz normal weg hinten kann man aufmachen bolt kit ähnlich der emf und der eta 2 man hat hier einmal diesen schönen body vorne das griffstück der frontgriff hier abzug unten und auf verbaut top dann haben wir einmal das tool dabei wir haben fett dabei wir haben wie gewohnt bei planet eclipse muss man wirklich sagen wie gewohnt schrauben dicht ringe alles an ersatzteilen was das herz begehrt dabei dann kommen wir zur anderen seite und hier haben wir gleich schon platz für etwaige lauf sets wenn man möchte und hier ist jetzt ein zweiteiliger chef lauf dabei schraube ich rauf das hintere teil kann man auch immer durch ein chef airbag ersetzen nach die front rauf hier der wichtige teil und deswegen wollte es eben nicht so richtig das ding hat linksgewinde das ist eine besonderheit bei den chef läufen jetzt haben wir die gtk 170 er wirklich top verarbeitet oben hier speed feed dabei unten und auf das quick release für den bolzen man sieht schon es gibt viele parallelen zur eta 2 bzw mf gerade wenn man hier oben das bolt kit rausholt was ich ja eben gerade gemacht hatte wenn man sich den umfang anschaut hier sind allerdings noch ein paar mehr sachen bei würde ich sagen als bei der eta und so weiter und so fort hier einmal noch wieder toolkit vom pe das eclipse toolkit mit allen im bus schlüsseln die man dazu braucht eine große tube fett was will man mehr noch einmal kurz dazu also es gibt viele parallelen aber man muss auch einfach sagen die schlankheit dass ich halt das immer so ein bisschen mehr in die kam rein dass dieser ganze der body geht der lauf ist halt der gleiche wie bei einer eta aber das hier ist wenn man sagt eta ist einstiegssegment denn ist das hier das mit range segment und geofia die sachen sind halt die high end produkte und da ist man mit diesem ding echt gut bedient wenn man dann quasi günstig noch den lauf tunen will geschäft ff airbag ansonsten vielleicht schon chef fl kit dazu oder einen schönen carbon lauf darauf das ding ist auch noch deutlich leichter als eine eta du kommst hier hinten viel leichter ran also wirklich und der große vorteil muss man eben hier hier hinten habt ihr ein display wo man quasi dann auch die ganze nicht noch mal eben hier an machen sie es scharf fokussiert das fokus will er nicht jetzt auf alle fälle jetzt fokussiert er den und da kann man dann seine einstellung vornehmen diverse sachen angucken anschauen das ist schon einfach das ist schon planet eclipse at its best noch mal wieder aus damit wollte ich euch einmal kurz den lieferumfang zeigen zweiteiliger lauf quick feed oben oder halt speed feed hier oben an dem hopper adapter der on off hier unten vorne einmal das perfekt verarbeitete griffstück das ist schon jetzt weiß ich auch warum carsten seine normale gtec behalten hat und damit immer noch mal spielt weil zeit einfach top moped sind das muss man einfach so sagen ich hoffe für die gtec interessierten den konnte ich da ein bisschen weiterhelfen drehen kasten hier mal so rum dann hat man noch mal eine gesamtübersicht wenn ich das jetzt hier zusammen räume und halt wirklich dieses rundum sorglos paket von der verpackung von den ganzen sachen die dabei sind das sucht einfach seinesgleichen muss man ganz ehrlich so sagen ist wirklich top da gehen noch mal props raus am planet eclipse ja ich hoffe wie gesagt die interessierten haben kleiner überblick was alles dabei ist falls ihr noch mal an boxing sehen wollt von anderen markierern von anderen sachen angier die wir im shop haben gerne immer unten in die kommentare rein helfe ich euch immer gerne weiter mache ich gerne videos zu und vor allem wenn es ja community wünsche sind da wünsche ich euch noch einen schönen start in die woche und bis denn dann hat er hier verkehrtraum reingebaut machen wir den mal hier den mal da jetzt aber schöne woche euch euch